unlose aussage ich kann nicht mehr also ich bin jetzt nicht die schönste ja aber mit der starbholschrecke gezüchtet bin ich bin ich auch nicht also bitte um auf die frage zu zu bekommen ob ich das ist ja eine frechheit wie sieht die starbholschrecke überhaupt aus aber ich habe glücklich dabei ist bis halt schon dünn